Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu The Witcher 3! Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es zwar gespielt zu Release 2015, wo es rauskommt, das ist schon verdammt nochmal sieben Jahre her, als das Spiel rauskommt und ich habe es immer noch nicht geschafft durchzuspielen. Damals, wo es rauskam, habe ich es natürlich gekauft und habe circa 20 bis 30 Stunden gespielt, circa, aber dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen die Lust verloren, aber den Faden verloren und dann ehrlich gesagt nie wieder gespielt, zu meiner Schande, also ich weiß auch selber nicht warum. Ja, und das möchte ich jetzt nachholen, es gab jetzt gerade ein Angebot für 10€, das Complete-Paket mit Heart of Stone und Blood & Wine oder wie es heißt, dann holen wir das jetzt nach und ich nehme euch jetzt einfach mal ein paar Folgen mit. Wir starten von ganz von vorne, wie ihr sehen könnt und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung mehr vom Spiel und ich bin echt gespannt, wie gut es gealtert ist. Und ja, geben wir uns hin und genießen The Witcher 3! Gerne könnt ihr mir eine Bewertung da lassen, wenn ihr da Lust drauf hat. Das würde mich tierisch freuen und würde mich natürlich auch unterstützen, um ein bisschen wachsen zu können. Wäre es natürlich auch schön, wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert. So, bimmel bimmel und Abo und alles gut und wir können schön im Spiel versinken. Es soll ja, wie ich mitbekommen habe, ein PS5-Patch kommen, ein Upgrade. Natürlich, was ganz gut ist, Ladezeiten dann und 4K und Raytracing wäre natürlich oder ist dann natürlich auch dabei. So habe ich es bisher mitbekommen. Dann soll ein Netflix-DLC kommen, also ein DLC-Basier. Passierend auf der Netflix-Serie, was ich auch ganz cool finde, weil die Serie war echt gut. Und natürlich ist The Witcher 4 aktuell in Arbeit. Wann wir damit rechnen können, wissen wir nicht. Sollen sich lieber Zeit lassen, dass nicht nochmal so ein Fauxpas passiert wie bei Cyberpunk. Das wollen wir nicht hoffen und wünschen wir uns auch nicht. Und ja, und derzeit können wir einfach noch Witcher 3 nochmal genießen und uns drauf einlassen. Und bis wir fertig sind, gibt es wahrscheinlich schon Teil 5. Ja, wir werden sehen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß echt nicht mehr viel vom Spiel. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz gemächlich an und gucken. Ich weiß, dass das Pferd Plötze heißt, aber das weiß ich halt auch aus der Serie. So, der gute Geralt schläft. Festzungen, der Hexter, Ufer, der ist gewinnlich. Und jetzt ein paar Poplo-Blasen. Nein. Ja, es sieht halt doch schon noch gut aus, ne? Also, so jetzt. Äh, wo schwimmt der hin? Mhm. 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 Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Siri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Mhm, bis später. Du alter Lüßling. Du alter Lüßling. Ich weiß gar nicht, das ist Jennifer, ne? Ja, ja, okay. Da war ich mir jetzt irgendwann gar nicht mal sicher, ne? Wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr viel. Ich habe auch damals Teil 2, ja Teil 2 habe ich sogar durchgespielt. Teil 1 habe ich nie gespielt. So, willkommen beim Tutorial. Ja, gut, äh, wir machen jetzt einfach mal, ne? Ja, das sieht halt echt noch schick aus. Ja, Minikarte und Ziele, ist klar. Soviel ich weiß, haben die ja damals das Inventar, weil das ja ein ziemlich großer Kritikpunkt war, das Inventar und das Kampfsystem ein bisschen geändert. Also es sieht echt noch sehr gut aus, ne? Natürlich gibt es heute Titel, wo mittlerweile schon ein bisschen besser aussehen, aber es ist halt echt noch übelst stimmig und sieht echt schick aus. So, suche nach auffälligen Objekten. Nehmen wir sonst noch was hier? Ähm, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Man kann doch irgendwo diesen Fischaugeneffekt ausschalten. Fischaugensicht von Hexe ausschalten, jawohl. Das ist mir doch ein bisschen lieber. So einen ganzen visuellen Schnickschnack habe ich immer ganz gern deaktiviert, auch so Bewegungsunschärfe oder so. Kann ich auch rennen. Na, kommt wahrscheinlich noch. Was ich in der nächsten Zeit, einfach nur so mal Informationen, habe ich auch vor mal so wieder ein bisschen Red Dead Redemption 2 einzuwerfen. Das werden so jetzt mal so die zwei Titel sein, wo ich nachholen wollen würde, weil Red Dead Redemption 2 habe ich auch nicht durchgespielt. Habe ich so, ja auch so um die 50, 60 Stunden drauf, aber nie durchgespielt. Das sind einfach wirklich so, das ist ein ganz großer Pile of Shame. Äh, oder ganz böse Titel. Äh, ja, aber... Ja, so ist es halt manchmal. Man fängt es an, man hört es auf, weil vielleicht was Neues rauskommt und dann verliert man Faden und... Äh, also, ja. Red Dead Redemption 2 hatte ich aber auch ein Problem, und zwar, dass es mir teilweise ein bisschen zu behäbig war, also... Jan von Brugge ist reizlos. Einfach alles zu langsam ging, ja. Es ist immer schön, wenn es detailverliebt war, aber dann... War ein paar Sachen, wo mich genervt haben. Aber gut, wir schauen mal. Will ich auf jeden Fall wieder reingucken. Und bei The Witcher machen wir das eben so. Sei nicht wütend auf sie, wir haben sie verwöhnt. Äh, ja, machen wir so. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an mir. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wie sie mir hat gesagt. Ja, die Stimme von Siri, die ist halt nicht so der Brüller. Das ist halt die Synchro-Stellenweise. Aber gut, da kam er und leben da. Ich meine, sind halt so kleinere Sachen. Ich bin auch gespannt, was dann wirklich, wenn der PS5 Upgrade kommt, was dann ein bisschen verbessert wird. Ja, kommt drauf an. Ich will eigentlich, ja, wir probieren es jetzt einfach ohne Tutorial. Ich will mal nicht. Glaub mir, du solltest Wesemir nicht warten lassen. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Pantera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Hm, du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ach, jetzt machen wir gleich, äh, äh, Tutorial überspringen. Passt schon. Legen wir mit dem Freistil-Training los, wozu nochmal die Grundlagen durchkauen? Das ist ein Schwert. komm jetzt runter der kleine satansbraten sobald sie zurück ist darf sie alle schwerter in Kermorhen polieren hast du den Helm warum sind da jetzt Untertitel da wieder von deaktiviert und ich werde dafür sorgen dass du kein schwert vergisst bis zum bis zum bis zum bis zum Nein, c'est mir. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf. Nein. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Echt krass. Nach wie vor echt cool. Ja, ich möchte jetzt nicht drüber reden. Ich würde lieber nicht drüber reden. Verstanden. Also, Zeit zum Aufbruch. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbären. Du wolltest ihn lesen. Nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vysima. Hm. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Das ist privat. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Zwei, drei Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte. Hörst du das? Ich höre und rieche es. Ach Gott, es kommt doch diese große Greifung. Wurde auch nicht. So, Monster. Ja, komm. Kann ich irgendwie fügt. Jawohl. Das läuft. Oh, Vitalität, Regeneration, bla bla bla. Bum, 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 bum. Baut schon Basse. Ja. Wo ist es mit Pferd? Das haben wir da. Oh, da kann der Bub wieder einsammeln, ne? Okay, ist rennen. Okay. Hey, hier ist mein Gaul. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Auf die Plätze, fertig, los. Da muss man lang. Es sieht echt noch super aus. Also, klar, aber die ein oder andere Textur, wo man sagt, hier, okay, die könnte jetzt mittlerweile ein bisschen knackiger sein, aber sind wir mal ehrlich. Er war bestürzt, es widersprach seiner Theorie. Das sieht echt noch fantastisch aus. Ja, wir reiten doch schon Galopp, Mensch. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Ach, so jetzt in der Ferne fällt schon auch ein bisschen auf, dass es ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber trotzdem. Also, da gibt es Sachen, die sehen viel, viel schlimmer aus. Ja, ich kriege gerade mit jeder Minute mehr Lust drauf. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ach, das ist dieser komische Greifvogel, genau. An den kann ich mich nur so halbwegs erinnern. Na genau, den jagen wir jetzt, ne? Ist der weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Wolltipp. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ja klar, ein bisschen Kohle ist immer gut. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Ich bin leider gerade schlecht bei Kassel. Die Nilfga, da hat mein Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies? Danke, Bruder. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Was geht dich das an? Na ja, weißt du, hier in Weißgarten gibt es eine Herberge. Die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Ta, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja gut. Und dann mit diesem Sinne sage ich auch schon wieder Tschüsschen, ihr Leute. Das war's für heute. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und danke, dass ihr so lang drangeblieben seid bis zum Schluss. Ich weiß, es war jetzt heute nicht gerade die actionreichste Folge. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Und wir spielen weitere Witcher 3. Und ich wünsche euch was eine schöne Zeit. Und bis bald. Tschö. Mit Ö.